3 Anzeichen, dass dein Job dir schadet, die du nicht erwartet hast. Kleiner Spoiler, der letzte Punkt wird dich ziemlich überraschen. 1. Du stehst morgens müde und lustlos auf und weißt nicht, warum. 2. Du bist im Alltag gereizt und gestresst, weißt nicht, warum und andere Menschen sagen dir das sogar. Schreib mal in die Kommentare, was du an deinem Job gerne ändern würdest. Und nun der Punkt, mit dem du nicht gerechnet hast. Du hast dir in den letzten Monaten oder Jahren an Gewicht zugenommen. Stimmt es oder stimmt es nicht?